Okay, wir sind ready. Ja. Ja. Hallo, ich bin Lisa. Und ich bin Tanitha. Wir erarbeiten ja die ein oder andere Präsentation aus, können aber nicht immer beisammen sein. Nicht weiter schlimm, weil es gibt ja Online-Besprechungen. Wir sind gerade in einer und ich möchte eine Präsentation mit dir teilen, die ich gerade erarbeite und einem Kunden zeigen möchte. Dazu öffne ich die Teilen-Leiste. Ich kann einerseits meinen Desktop teilen, aber auch ein Fenster, zum Beispiel hier die PowerPoint, die ich gerade bearbeite. Okay, super. Das heißt, ich sehe jetzt genau die Präsentation, die wir besprechen wollen, so als würden wir nebeneinander sitzen. Korrekt. Wenn ich sie jetzt meinem Kunden zeigen möchte, mache ich das ein bisschen anders. Da gehe ich auch wieder in die Teilen-Leiste, öffne es jetzt aber über die PowerPoint-Applikation. Dann kommt sie hier bei uns in die Besprechung rein und ich bin sozusagen im Präsentier-Modus. Man sieht schon, sie ist sehr, sehr groß. Okay, ich bin gespannt. Okay, ich kann jetzt auch die Präsentation sehen und habe hier so eine kleine Leiste unten. Da steht Folie 1 von 67. Und ich kann mit den Pfeilen hier auch weiterklicken und dann von Folie zu Folie springen. Super praktisch. Wenn ich jetzt irgendwas verpasst habe, kann ich einfach zurückgehen und sehe die Informationen nochmal. Genau. Ich als Präsentator kann das allerdings auch unterbinden, indem ich auf diese Brille klicke. Das verhindert, dass du schon auf andere Folien klickst, bei denen ich noch gar nicht bin. Aber bevor wir jetzt durch diese 67 Folien klicken, lassen wir das erstmal sein. Okay, vielen Dank. Okay, vielen Dank.